Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge To Loan Wolves mit Mario Schröber. Hallo Herr Fleischhammer, hallo Herr Schröber. Na, wie geht's Ihnen heute, Herr Fleischhammer? Mir geht's gut, dankeschön, dankeschön, danke sehr. Wie viel Potassium haben Sie gesammelt? 51, nicht so viel. Wahnsinn, cool. 389. Was machen wir denn jetzt? Ich hätte gerne mehr Potassium. Okay, Entschuldigung, bitte. Ich verliere Raw Iron. Ich hatte gar nicht, also Raw Iron hat mich jetzt gar nicht drum gekürt, weil ich glaube, da war doch alle zu weit Skier, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Raw Iron. Echt weinlegen. Schmeiß ich denn jetzt weg? Was kann ich, könnt ihr nochmal reparieren das? Dafür heikst du mit. Also wir müssen irgendwas finden, oder? Nur mal reparieren. Haben wir ja nicht weiter geguckt, ne? Kann sein. Min? Ja, in unserer Mine, dass wir da vielleicht Potassium haben? Ne. Äh, unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich sogar. Du bist jetzt hier der Höhlenforscher, oder was? Bin der Höhlenforscher, ja. Okay. Wollte nur sicher gehen. Keine nehme ich nur mit. Kommst du? Ja, okay. Gut, reicht mir. Also auf 100 musst du mindestens auf. Was? Auf 100? Na, komm, jetzt hier mit Potassium. Das ist ja nix. Ja, stimmt. Bei 81? Du bist wo? Ich bin bei kurz vor 400. Was? Ja. Wie viel baust du nur ab pro? Äh, du hast immer nur eine Chance auf 10 Stück, glaube ich, pro zerschlagenen Stein. Okay. Also pro zerschlagene Stufe, sozusagen. Ja, 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 okay. Ein Stein zerfällt ja dreimal, also kannst du maximal 30 rauskriegen. Ich hab jetzt gerade wieder 10 rausbekommen aus dem kompletten Stein. Ja. Also ist nicht doll, aber, wie gesagt, durch den, den Minerskill zieht natürlich so ein Stein noch etwas... Ja, ja, das ist der Punkt, ja. Ich bin jetzt bei 101. Das ist natürlich doof. Ja, gut, dann haben wir 500 zusammen. Ich weiß ja nicht, wie ist denn das Mischungsverhältnis in der Workbench? In der Chemiestation 1 zu 1, oder? Ich glaube, 1 zu 2, aber ich weiß es nicht. Ja, gut. Wenn der Gunpowder ansetzt, ist der Chemie 1 zu 1, also 1 zu 1 ist es. Okay. Ja. Ey, gut, das macht 250 Schuss für das Schrotze und nochmal, ich weiß es nicht, ähm... Ah, schlecht ist nicht. 80 für die Hunting-Rifle. Das ist schon richtig. So, ich geh mal schon wieder ein bisschen weiter in Richtung Osten. Ja, ich bin hinter dir, hab mich leicht nach rechts fallen lassen. Ist ja auch nochmal ein Berg. Ja, genau, denselben Weg zurückzulaufen, da ist nochmal ein Hirsch, aber brauchen wir erstmal nicht. Nee, Eier wären noch wichtig tatsächlich, ich hab ein Ei. Echt? Warum? Weil wir nicht... Weil ich eins verloren hab. Ja, aber mit dem Mietstuh, kommen wir da jetzt erstmal... Hamals, was? Kommen wir denn jetzt nicht erstmal so weit über die Runden mit dem... Ja, na klar. ...mit dem Mietstuh, das war dann... Aber wann, das ist doch... Einseitige Ernährung willst du auch nicht, oder? Nee, das ist doch einfach relativ schnell weggeheizt. Ja, und boiled Meat können wir auch machen, schön, boiled. Boilet. Mag ich ja auch, muss ich ja sagen. Muss ich ja sagen, ein bisschen, hier kocht der Fleisch, ein schönes Stück Kassler. Also ich bin eher der Grilltyp. Ja, gut. Aber ein Stück Kassler will ich jetzt auch nicht... Aber Hauptsache Fleisch, da sagt nicht, nee. Also, da will ich auch nicht nichts sehen. 19.17. Ja, oha. Ähm, langsam mal wieder ein bisschen mehr Strecke machen. Die Sporen. Den liegt nochmal weg. Eigentlich müssten wir ein bisschen größeren Bogen noch laufen, dass wir noch ein bisschen mehr sehen hier von der näheren Umgebung. Ja. Hat er so einen Fehler eingesammelt? Ähm, dann sage ich dir sofort. 100 bisher. Ey, Alter. Ey, ist alle so eine Tante. 30, weißt du, 30. Oh, nee, sterb, sterb. Okay. Ich habe hier einen Zombie-Punk gerade gehabt. Zombie-Punk? Ja. Als ich den Punk erfand. Das war das alles, unerschlossenes Land. Am Feuer saßen die Leute und brieten ihre Beute. Hä? Äh, was? 19.17. Ey, sag mal, die verfolgen mich, Schröber. Irgendwann ist schon wieder Phase. Phase? Ja. Lass uns nach Hause, Mann. Ja, ich bin vor dir. Ich habe einen unnuted, Heik. Unnuted, ja, ich mache noch ein bisschen Strecke hier. Ah ja. Unnuted Gefühl. Ich habe die Stadt quasi schon fast in Sichtweite. Oh, durchgeschossen. Zwei Eier. Ich habe wieder durchgeschossen. Ich habe auch schon noch zwei. Ja. Da hast du mir jetzt einen Ohrwurm rin gedrückt. Der muss ich mir gleich nach der Aufladung, dann muss ich mir den Rindeprenn ziehen. Das ist doch wunderbar. Oh, jetzt frag ich mich aber nicht mehr, von welchem Malwurm. Hier ist ich den Punk gewandt. War das Jazzfest? Das war Jazzfest, ja. Ich glaube, heute rennt so wirklich das T-Shirt davon an. Nee. 2008. Ja, ja. Zufällig. 2008 waren wir beide Ohrwurm. Zufällig wie du so, naja. Ach ja? Waren wir da, was waren wir da? 2008. Was waren wir da? Auf dem Jazzfest. War ich da nicht mit dir? War ich da gewesen? War ich da nicht mit deiner Frau? Das kann auch sein. War ich da nicht auch? Nee, stimmt. Hey, wir waren bei den Beatsticks in der Wohlheide. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Hast du recht. Stimmt. Hast du recht? Beatsticks. Ne, Vorband war Subways. Das war geil, ey. Das war wirklich cool. Stimmt auch. Hammer. Ah. Ah ja, Mucke ist was feinet. So. Auf jeden Fall. Ich bin in der Stadt. Wo bist du? Ich bin kurz vor der Stadt. 511 habe ich jetzt an Potassium. Ja. Oh, jetzt wird er langsam doch nicht. Altjut. Das bist du alles klar. Was? Zwei Zombies? Das hast du natürlich gesehen. Die haben ja echt Interesse an mir heute. Die stehen hier aus dem Boden. Stehen sie einfach auf. Oh, nee. Ich bin hier trocken. Panik. Joe Cocker kommt zu mir. Danke. Okay. Na gut. Ich wollte dir auf Schütz eine Art beistehen. Was ist hier los? Okay. Wieder einen Kriecher noch dazu. Das ist doch schön, dass mal wieder was los ist. Wahrscheinlich, weil wir aus der Stadt auch raus sind, ne? Ja, weiß ich nicht, ob es so ist. Oh, warte mal. Was denn? Unter mir ist er. Ist es los? Ja, ich habe ihn angeschossen. Danke. Nimm Herdkett. Ja, unbedingt so, ja. Wenn es hart wird, dann halt noch ein Rocket Launcher. Ey, die entstehen hier einfach. Ja, schieß erst mal weiter. Machst du erst mal kaputt und dann irgendwo so später drauf. Wir haben auch mechanical parts ganz viel bei. Ja, geil. Mit, das noch, weiß ich nicht, wenn du noch Platz hast im Inventar. Ich habe noch ein bisschen Platz, ja. Ne, halt doch nicht mehr. Mir können wir noch einen Grain Alkohol, den ich trinken könnte. Vier Eier. Du hast doch Eier, oder nicht? Ja. Komm mal her. Schmeiß. Und immer noch den Gunpowder. Mal reink. Gut, kann ich aufnehmen. Danke. Ja. Und, wo ist er? Oh ja. Oh, okay. Okay. So. 21.23 Uhr. Wir sollten... Ja. Wo ist die Hütte? Hier. Unbedingt Schlafsäcke setzen. Unbedingt Schlafsäcke setzen. Irgendwas passiert, ja. Haben wir noch... Müssten wir noch unten haben, ja. Plant Fibers war die Frage gerade bei mir. Ich wollte noch Sand holen. Klöber. Ja, die müssen noch Sacht- und Nebelaktion machen, weil wir jetzt nicht weiterkommen damit, aber ohne... Aber glaube ich es nicht. Warten? Vorne wäre Clay. Nee, halt gut. Ich... Äh... Cool, schnell noch mal ein Tausender-Sand. Echt jetzt? Ah ja. Okay, ein Blick bei dir. Na, wir brauchen den Sand. Ich muss Zementmix ansetzen. Und ich war der Meinung, dass hier hinten Sand ist? Scheiße. Oh Gott, hier ist ein Zombie. Alles klar, hi. Mal angeschossen. Ja, okay. Kläre. Mach du, ja, kläre. Genau. Okay. Jetzt du mir den Rücken frei? Ich bin völlig nur dafür da jetzt hier. Und du gibst mir eine Dringlichkeitsinformation, wenn es hart wird. Wenn es schlimm wird, ja. Gut. Ich buddel mich hier kreisrum. Mach das so. Einmal durch. Friedlich, äh, Fröschequaken höre ich. Höre ich nämlich auch. Bei 150. Ich hab einen Rocket Launcher noch direkt in Anschlag. Ja, das ist keine gute Idee. Du weißt, was mit der letzten Person, die in der Nähe war, als du Rocket Launcher landest. Ja, okay, hast du auch nicht. Das war Jim Bob McDougal und den haben wir seitdem gesehen. Rest in Peace, dude. Rest in Peace. Rest in Peace. Den Bob McDougal einfach mal weggehauen. Ich bin noch angeteckt. Wie viel hast du? 520. Ich würde den Tusi gerne voll machen, deswegen. Okay. Dann kann ich jetzt mal wieder ganz entspannt wieder was ansetzen. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mach mehr jetzt. Also noch sieht ruhig aus. Also immer mal wieder so ein Tausender ist okay. Sag jetzt mal. Und morgen gehe ich gleich in der Früh dann raus und werde oben erstmal ein bisschen was reparieren. Ja. Zum reparieren brauchen wir da auch die Copperstone, ne? Ach ja, siehst du, hier noch ein bisschen unnormalen setzen. Warum, 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 warum wir wieder. Oh Gott. Okay. Panik. Äh, Adrenalin, äh, Pengel. Okay, weg. Kommt zurück, Tiki. Ja, alles klar. Das ist unser Zuhause, das ist unser Zuhause. Viele Zombies. Viele Zombies, ja. Laufen, laufen. Sprinte. Nichts, vor mir laufen. Wir sind hier links. Komm weiter, komm weiter, komm weiter. Die sind sehr weit weg, die sind sehr weit weg. Kein Problem, Schleuse, kein Problem. Vor uns ist nichts. Äh, wieder was aufgestanden. Ey, sag mal, was ist denn mit denen los? Komm mal drin, komm mal drin. Schleuse ist offen. Schau mal, du hast die Tür wieder aufgemacht. Soweit ihr dacht. So, wartet ihr. Und jetzt hier oben noch eine Kiste und dann ist alles gut. Alles klar? Alles super. Okay. Jetzt warte hier, ach so, hier oben eine Kiste, meinst du zum, zum... Hier unten, ja, genau. Einfach hier unten in den Boden werde ich nochmal eine Kiste hinsetzen und das werde ich hier morgen auch alles aufwerten, umbauen. Die Iron Bars, habe ich mir überlegt, ersetzt sich durch diese Concrete Pillars, weißt du? Und dann können wir dort eventuell noch durchlooten. Concrete Pillars. Die 50er, die in der Grillgrube. Ich geh nach unten, du machst das hier oben. Ja, ich war nur mal sicher jetzt hier mal. Mhm, okay. Wie weit, ja, okay? Ja, ja, nix, okay. Also schon alles okay. Du kommst dann, ne? Ich komme. Sobald die Zeit gekommen ist. So, das Lett drücken wir gleich mal oben rein. 1200 Lett. Oh, kommt. Schweine, Schweine, kommt. Schweine, Schweine? Ich habe nicht die Tür offen und zielt auf den Gang. Ich hasse dich. So ist es nicht. Mal wieder, muss ich sagen. Komm jetzt nicht damit, das findest du nicht in Ordnung. Das fliegt nicht in Ordnung. Na, war mir klar. So, wir brauchen Stil. In großen Mengen. Wo kommen die Schweine denn jetzt her? Tja, alle weg. Hat's euch gesagt. Na gut. Dann komme ich runter und kümmere mich um Waffen. Um Waffen. Das find ich gut. Waffen. Waffen. Wir brauchen Ordnung. Nice. Wir brauchen... Achtung. Hüpf. Licht aus. Noch mehr Sand. Teiser. Nicht, gucken wir erstmal. Was können wir denn jetzt hier ansetzen? Die Tür ist ja beim Runterfallen auch so abfedert, ne? Ja. Auf jeden Fall. Gleich nochmal. Oh, schön. Schön. 500 Sand. Ja, können wir nochmal zusammenmixen. Können wir nochmal 300 nochmal ansetzen. Oh. 300 haben wir erklärt. Mixen. Wunderbar. Mixen? Mixen. Rechart. So, wo kommt Stoff hin? Stoff kommt zur Health, ne? Stoff kommt zur Health. Oder zur Mixkiste. Zur Krimskramskiste. Stoff, Health, Krimskrams. Stoff oder in die Stoffkiste Klamotten. Geht auch. Würde gehen. Kann man machen. Würde gehen. These. Iron Arrows. 37. Light Vision Goggles. sind richtig hart zu verkaufen, ne? Ja, richtig. Definitiv. Die geben richtig gut Klapp. So, Bugshot. Einmal komplett ansetzen. Clay ist noch Jut drin. Wirklich negativ. Ansonsten hast du dich... Nee, hast du noch nicht. Gunpowder. Gunpowder? Ach, okay. Warten? Nee, ich hab mich grad gewundert, wo das... wo das hin ist. Oh, warte mal. Ein bisschen viel. Zu viel gibt's nicht. Turn on. Oh, 500 Gunpowder in der Mache. What? Kann ich jetzt nochmal nachlegen? 181. Uiuiui. Als ich den Punker fand, war das alles unerschlossenes Land. Das läuft alles durch. Am Feuer saßen die Leute und boten ihre Beute. So, du kümmerst dich denn hier um Repair Kits und Konsorten und so weiter? Ich bin jetzt der Waffenman. Hier ist ein Sniper Rifle. Du hast absolut recht. Getränke waren oben. Getränke waren unten. Mann, ich muss mir merken, dass Getränke unten sind. Getränke sind unten. Ach nee, aber Grain Alkohol kommt zur Health Kiste. Haben wir hier erst 13. Gut. 10 Millimeter in Schicht. Inventar der Wandel muss alles... Ja. Muss alles hier vonstatten gehen schneller. Was auf... Zack, 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 zack. So, Stoffdings. Nimmst du mich mal eben aus? Siehst du, hier ist noch einmal eine Sniper Rifle Parts. Nicht zu verwechseln mit den anderen Parts. Sie sehen sich verdammt ähnlich, ne? Ja, die sind genau die gleichen oder nicht? Das gleiche Bild. Warte, haben wir die nicht irgendwo hier? Haben wir nicht, 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 haben wir nicht. Haben wir nicht. Was haben wir denn nicht? Ich dachte, wir haben Orga. Nee, haben wir nicht. Dann habe ich nur die Schematik gelernt, okay? Gut, dann gehe ich nochmal ein bisschen mal hacken. Nimm mal ein bisschen nochmal hacken hier. Ja, tu das nicht. Und das packe ich schon mal für morgen früh ein. Deal. Das Deal kann ich auch schon mal einpacken. Deal, Deal. It's a deal. So, dann, äh, zack, 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 zack. Und schon. Du riechst echt fast. Achso, du kombinierst jetzt gerade ihn zurecht. Geh mal durch, ja. Gut, dann gehe ich nochmal versuchen, ein bisschen Sand zu organisieren. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Oder ist mit Metall gerade der Engpass? Was ist gerade der Engpass? Ist auch nicht, ne? Für, für warte, verstehe mich. Für warte auch immer. Äh, ist auch egal. Ja, warte auch immer. Genau. Gut. Ich gehe hier einfach mal. Genau, warte auch immer. Hinn in den Berg. Warte auch immer. Warte auch Ticken Grail Alkohol. Na, toll. Gut. Haben wir, ne? Brauchst, äh. Haben wir alles da. Haben wir alles da. Kann ich mich einmal kurz zwischendrängeln bei der Workbench? Kannst du gerne machen. Bitte. Okay, dann kann ich nämlich kurz die beiden Pickaxen kombinieren. Ich glaube, ich könnte einen Jute-Sniper einfach rauskriegen hier. So ungefähr. Ungefähr Jute könnte das werden. Oh, warte. Dings und Dings. So. Alles klar, glücklich, danke. Glücklich, danke. Jetzt drängt der Bahn und... Ja. Pistol. Dann nehmen wir mal einen Kaffee mit. Zack, zack, zack. Nehmen wir mal einen Kaffee. Mit der 2 Uhr, ey, die nachtest gleich wieder rum, weißt du? Echt jetzt? Ja. Komm dir hinterher, Mann. Bist du vor, zwack, zwack. Grab ich mich jetzt hier endlich hin? Oh, das ist gut. Grab ich mal ein bisschen in Richtung Nordosten. Nein. Oh, fast, nein. Was denn? Fast das Sniper-Rifle-Barrell schruddert hier. Nein, doch, oh. Hm, ah, nein, äh, nein. Gut. Und noch eine schöne Flashlight oben drauf. Oh, die sieht aber gut aus, die. Ich weiß, dass ich das nicht sehen kann. Zink, zink, zink. Nice. Okay. Das ist nice. Na, die, ähm, die Sniper-Rifle. Oh ja, gut. Die geht. Achso, nee, das ist Quatsch. Kann man so lassen. Ja, und sonst so? Ja, nö, ich mach jetzt gerade hier ein bisschen Bergarbeiter. Oh, ein bisschen Stein, ein bisschen Eisen holen, einfach nur, damit die, damit die Fodges immer schön durchläufen. Läufen. Fodgie, 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 Fodgie. Die laufen, du, die sind läufig. Läufig. Die läufigen, was? Dein Material hast du dir schon wieder rausgenommen, ne? Hier im Pig-Ax und Konsorten. Äh, ja, hab ich schon, hab ich schon kombiniert mit den bereits vorhandenen Konsorten. Hätte ich jetzt ansonsten nochmal angeregt, das zu tun. Nein. Dann wechseln, ja, hast du schon. Na gut. Irgendwann mal Zeit haben, da kam nochmal ein sehr guter Hinweis, dass wir hier ein Gästezimmer einrichten könnten. Ja, macht Sinn, ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, machen wir. Irgendwo noch Parts rumliegen hier, nee. Jo, wenn ich schon mal anfange, jetzt so ein bisschen hier großzügig auszuheben, ne? Hier so eine kleine Tür machen und dann ist hier das Gästezimmer. Dann schizzeln wir doch einfach mal hier so ein bisschen lang. Schizzeln? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen schizzeln. Muss ja nicht groß sein, ne? Muss ja nicht geräumig sein. Bett drin, Nightstand, äh, noch eine Kerze. Fertig ist die Laube. Fertig, ja? Fertig. Schizzeln. Vielleicht will der Sepp mal hier schlafen. Ja, das kann auch mal sein, überleg mal. Irgendjemand braucht hier mal Hilfe. Ja, stell mal vor, jemand braucht Hilfe zum Beispiel. Ja, überleg mal, ja. Ah, wir müssen noch ein Grab machen. Ja, du musst ein Grab machen, ja. Ich muss ein Grab machen. Ja, unbedingt. Morgen Grab machen. Ich mach morgen Grab. Bitte machst du morgen Grab, also jetzt gleich dann quasi und ich werde oben erstmal ein bisschen ausbessern. Ja. So. Ich kann ja schon mal die 50er Pillars ansetzen. Wenn wir mal sagen, was du denn davon hältst. Vielleicht ziegst du die so ja bis auf den Boden durch. Ähm. Da kann man nämlich durchlooten. Ja, ähm, viel gut. Also jetzt schon. Müsst du Bescheid. Müsste ich allerdings die Schleuse nochmal, glaube ich, nochmal... Schlonsen. Und mal wegmachen. Das ist so ein bisschen zumindest. Das ist schon soweit. Dann komm ich hinterher mit der Scheiße. So. Ah, nimm Form an. So. Nicht übertreiben. Nimm. Nehme die Form an. So. Dings und Dings. Hier kommt man mit. Okay. Lila Schrotzer. Ich glaube, das macht Sinn, dass du die kriegst. Lila Schrotzer? Ja. Ja. Gerne. Ähm, du müsstest... Mir deine eben, beziehungsweise, da eine Lampe ranmachen. Da fehlt nämlich noch eine Lampe. Äh, warte mal. Ich schmeiße die mal einfach jetzt mal hin. Äh, warte mal. Irgendwie hat es hier gerade Probleme. Warte mal, ich packe die mal hier hin. Gut. Und nicht schlecht. 500. Geil. Oh, mit meinen Parts drin wäre die so ja noch besser. Geil. Gunpowder ist fies am Machen. Das ist gut. Äh, Shotgun Shell. Okay, ich stelle nochmal 28 Shotgun Shells her. Jep. Gut, Eki hoch. Ja, mach das. Äh, wo ist die Negan? Irgendwo. Da ist die Negan. War noch nicht fertig, ne? Doch, die Negan ist fertig. Wir haben eine fertige Negan hier vorne. Eine fertige? Eine fertige. Fertige Negan. Okay, verstehe. Dann gucken wir erstmal. Was wir da oben jetzt machen können. Erstmal alles reparieren. Dass alles erstmal wieder hübsch ist. Na, lass mich hoch. Lass mich hoch. Geh doch. Ja, 47 haben wir leider noch nicht weiter, ähm, Parts, wa? Ne, leider nicht. So, die mal und die mal und die mal und die mal. Dann gucken wir mal. Dann brauchen wir noch einen Receiver. AK-47 Receiver. Dann werden wir die auch am Start. Okay. So, jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen. Ich mach erstmal mal von draußen. Überlegen kann ich später. Wolltest du jetzt draußen nicht eine Tür hingesetzt haben? Kannst du vielleicht noch noch Walter? Hab ich gemacht, doch. Aber, ja klar. Äh, Walter. Irgendwo muss doch hier... Auch noch Clay. Scheiße. Ach, da brauchen wir noch Mega-Zeug, oder nicht? Haben wir überhaupt? Dann machen wir erstmal dann... Wir brauchen Springs. Wir brauchen auch noch Scrap Iron, ähm... Recipes, Walter. Ich muss nicht alles brauchen, ey. Okay, Walter, kommt. Nee, brauchen wir auch noch. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Das ist doch scheiße. Woher geht's hier wirklich Clay shippen? Clay shippen. Das ist ja, Clay. Und du hast gesagt, das ist nicht der Engpass, oder so? Naja, wir... Wie waren deine Worte noch gleich? Sand war natürlich erstmal wichtiger. Wie waren deine Worte? Ja, irgendwie werden sie schon gewesen sein. Hm, na, so kannst du jetzt aber auch irgendwie, ne? Ja, ich hab auf jeden Fall Worte benutzt, das Wesick. Worte. So, zumindest geht der Clay hier mit ihm Schlag weg. Das ist doch schon mal viel wert. Das geht doch dann fast. So, noch eine schöne Pistole zusammenbasteln und dann ist auch vorbei. Kannst du nochmal zehn Nägeln nochmal ansetzen, bitte, in der Forge? Nägel, du kannst meine Fußnägel haben, wenn du möchtest. Und das Scrap Iron bitte mitbringen. Zehn Fußnägel, komm sofort. Was lässt du denn schon wieder so kommen? Du bist schon wieder hier, du bist so... Ich bin so lustig, ich hab Fußnägel gesagt. Gut, ja, okay. Merk schon. Ja, ja, gut. Die ist heute kein Clown verloren gegangen. Nee, nicht. War aber auch nicht witzig. Na komm, das ist jetzt auch nicht wahr. Fußnägel-Geschichte. Naja, okay. Na, wenn du jetzt... Fertig, ne? Ja, Grampaule ist fertig. Ja, Grampaule ist fertig. Mein, wasser. Gut. Nur am Rumeiern hier. Was ist noch mit... Bruchfertig. Rinn mit dem Zeug. Bugshot. 2,33. Alter, ich bin nur am Machen. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Die Nacht ist irgendwie zu kurz, ne? Ja, tatsächlich. Aber tendenziell ist die Nacht zu kurz. Der Tag ist einfach zu kurz. 7, 6, 2. Wie viel könnte ich machen? 3,28. Äh, übel. Heute Nacht ist Rorde. Ja, okay. Ich schüpp hier Clay, ey. Okay. Das macht Sinn, dass ich hier mal ein bisschen Munition noch anwerfe. Wir müssen fies. Ähm, ich brauche auch die Steine wieder, glaube ich, wahrscheinlich. Gott kann schnell laufen. Recipe. Schrotze ist gut bei dir. Puppetstone rocks. 48, du trest am Leben nicht. Mich verarschen. Hör mal ruhig. Ich brauche trotzdem die Steine. Mach noch ein paar Schottkornschilds hinterher, so als sollte. Gut, ich lasse die Schleuse so wie sie ist. Ich setze hier doch keine Pillars drin. Ich habe mir gerade überlegt. Und aufgrund der Umbaumaßnahmen kriegt mir gerade nicht erlauben. Ich brauche aber ganz kurz nochmal ein Tausender Steine. Ja. Walter ist fertig. Leg mal genau zu deinen Füßen. Okay. Bitte. Ist jetzt hier die Türen einfach alles mal offen? Mhm. Zeig auf jeden Fall mal Zeitdruck. Wisst du das? Ja. Wo brauchst du mich noch? Was soll ich Clay holen? Ich habe jetzt Clay geholt. Ähm. Was soll ich tun? Saat mir. Saat mir. Ich röste jetzt hier erstmal alles aufs Stil auf. Soll ich Wurzbikes craften drumherum? Ja. Bikes. Süße. Achso. Das Metall. Ich brauche nochmal das Scrap Metal. Das habe ich natürlich jetzt gerade wieder vergessen. Ich brauche mich hier hoch. Noch was? Noch was? Ähm. Das ist mit Barbed Wire Fans hier. Da können wir eh nichts mitmachen. In unserer aktuellen Lager brauchen wir noch ein Dach. Dach für. Okay. Komm schon mal hoch. Ach das kann ich erst setzen, wie das ausgetrocknet ist? Oh wie scheiße. Oh wie scheiße. So wo sind die Reaver Dings? Da sind die Reaver Dings. Was sieht es mit dir? Wir trinken essen aus? Ähm. Mitbringen? Bidet low. Alles klar. Also trinken immer mitbringen. Und äh. I don't like it. Ich will hier fünf Miets do oder was? Ja genau. Machen wir mal vier. Und die Nägel bitte. Die Nägel wären noch super. Ich brauche gar nicht so viel. Ah ja, die Nägel. Ich vergesse den Scheiß. Ne, jetzt zehn Stück oder was? Ja genau. Zehn Nägel, dass ich hier die... Brauchst du nochmal Forged Steel zum Aufwerten? Ähm. Oder Forged Iron? Ja, mein Steel ist gerade... Alle. Das ist ja unglaublich, ey. Was das hier frisst? Okay, Steel also nochmal. Keine eigentlich nichts anwerfen. Okay. Komm erst mal hoch. Na gut. Das sind jetzt auch. Hüpf! Ja. Es hat Metall und hast du bestimmt alles mit. Wow. Wie sich hier ein Bild verändert. Äh. Hier ist ein Loch im Boden. Das ist Absicht. Da kommt nämlich die Kiste hin. Wo bist du denn? Bin draußen. Okay. Chuckie Laps. Mach du die Tür auf. So, hier. Ähm. Was willst du haben? Nägel? Alles. Nägel. Stil. Essen. Trinken. Ja. Iron. Iron. Ja. Fertig. Mehr wird sie haben, oder? Mehr Platz habe ich und nicht mehr. Dankeschön. Ich mach's mir schön. Oh, oh, oh. Gerottete Fleisch vor der Schatze. Du kannst nochmal Clay holen, wenn du möchtest. Also doch. Dann gib mir mal eine Schippe. Oder Sand. Oder Clay und Sand. Das ist eigentlich eher so Late Game jetzt. Oder du hackst nochmal Steine für, ähm, für noch mehr Potenzial. Ich mach, ich mach, äh, mach Clay und Holz, weil ich noch mehr Spikes brauche. Ah ja, ich hab so viele, genau. Oder hast du noch welche? Nee, ich hab jetzt nur noch 1000. 1000 Holz hab ich jetzt gerade noch einstecken. Okay. Ähm. Das warst du okay. Ja, der Weike. Mach dir keine Sorgen. Ähm, ähm, ähm. Wo ist denn Clay eigentlich? Ähm, ja, genau. Du kannst ja selber gucken, ihr seht, ja. Ja, genau. Das sind diese kleinen abgetragenen Felder. Ähm. Was denn? Dings. Wir brauchen Dings. Äh, einen Schlafsack. 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 Ja, ja, genau. Sehr gut. Ähm, ja. Äh, ja. Wurde ich mal hier was schlagen. Ähm, ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bad, roll, craft. Okay. Bad roll ist am Start. Gut, dass du es dir gesagt hast. Danke. Hat es hier irgendwo schon angefangen, dich rennen zu grauen? Nee. Wir brauchen Scrap. Äh. Wir brauchen Spike. Iron Block. Level 70. Ich habe fast nicht gedacht, dass ich in dieser Aufnahmesession auf Level 70 komme. Aber da ist er. Sehr gut. Recipes. Recipes. Da brauchen wir Storage Building. Das sind wir auch nochmal hinein. Und zack. Und das brauchen wir nicht. Und. Wolltet nochmal einpflanzen. Recipes. Cobble Stone Rocks. Rocks. Im Fondert. You gotta eat, but the rock is cooking. Dun, dun, dun. Also irgendwie finde mein Inventar, was die Waffe man hier, lässt sich schon blicken. Ja. An den Rifle lila, Pistole lila. Oh. An den Rifle gelb und eine Schrotze in 480. Blau. Gut. Mensch. Kann man erst mal machen, ne? Muss ich sagen. Hast du gut gemacht. Wie sieht's bei dir aus? Also du bist munitioniert, oder ist das schwierig? Ich bin munitioniert. Hast du irgendeine Pistole, die du ist? Sicherheitspistole oder so? Ne. Würde ich jetzt alles dann so lassen. Ich hab ne Schotti und ich hab nen Bogen und das Bart. Ja, ne denn? Hauptsache du hast mir Shotgun angesetzt. Hab ich eingesetzt. Läuft durch. Knapp 100 Schuss oder so müssen's nochmal sein. Ja Leute, dann ist das wie es ist. Ich sag herzlichen Dank für's Zuschauen und wir sehen uns unter Umständen in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn Lust habt. Ähm, und wie immer, Schröber. Was? Ist jetzt neu. Machen wir jetzt immer. Machen wir jetzt immer so. Ja, genau. Zum Schluss sag ich immer Schröber jetzt. Ich sag nur Schröber und du sagst, äh... Alles klar. Cool. Freu ich mich. Du kannst, du hast immer das letzte Wort sozusagen. Ich, äh, das wäre mir aber neu, dass ich das letzte Wort habe. Na jetzt, neu, jetzt. Ja, ja, genau. Okay, pass auf, wir machen nochmal. Herzlichen Dank, dass ihr zuge schaut habt. Lass einen Daumen um da, wenn's euch gefallen hat. Und, äh, ansonsten Schröber. Alles klar. Bis dann. Planet Base. Tschüss. Hahaha. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal.